So Freunde, wie es aussieht, ist Aschkobar wieder da. Wenn du wissen möchtest, worum es geht, dann bleib auf jeden Fall dran. Und wenn nicht, dann... Verpisst euch, ihr Vögel! Weg von der Straße! Haut ab! Ja Freunde, wie es aussieht, wird es heute Abend ein Statement von Asche geben, denn er postete folgendes via Instagram. Ich möchte mich bei allen entschuldigen. Dafür, dass ich diese heuchlerischen... Ihr wisst schon was, so lange davon kommen lassen habe. 18 Uhr folgt mein Statement. Freunde, was meint ihr? Wen oder was könnte Asche hier meinen? Meint er vielleicht Sadiq? Ich meine, dieser hat vor einiger Zeit eine kleine Auseinandersetzung mit Semmene, in die Asche da mit hineingezogen worden ist. Oder meint er vielleicht Mois? Gibt es da vielleicht noch irgendeine Sache, die nicht endgültig abgeschlossen worden ist? Oder geht die Sache vielleicht in eine ganz andere Richtung? Ich meine, die meisten von euch haben sicherlich mitbekommen, dass der zweite Trailer zum Zuhälter-Tip 5 ausgekoppelt worden ist. Und etliche Leute hatten das Ganze repostet. So unter anderem Yuri, Sani, Salah, sogar Said. Aber ein Asche war nicht zu sehen. Warum hat Asche das Ding nicht repostet? Aber in der Zwischenzeit hat er zum Beispiel sein Profilbild geändert. Und bei ihm im Profil steht inzwischen auch WBIA geschrieben. Und vielleicht läutet er mit diesem Statement seine Promophase zu seinem kommenden Album ein. Friends, ich bin wie immer gespannt auf eure Kommentare und hoffe, dass wir uns das nächste Mal auf gar keinen Fall wiedersehen und wünsche euch einen angenehmen Sonntag. Da weit ihr bitte. Ciao.